Jetzt begrüße ich in Dresden Christian Piwarz von der CDU, sächsischer Kultusminister. Herr Piwarz, in Sachsen gilt der Lockdown ja schon ab heute, nicht erst ab Mittwoch und auch in Schulen und Kitas. Aber es hagelt Kritik. Man hätte in den Grundschulen viel eher zu geschlossenen Klassen übergehen und in den weiterführenden Schulen Wechselmodelle in Erwägung ziehen müssen. Und nicht so spät und zögerlich, sagt Uschi Kruse, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen, ist ja kein gutes Zeugnis für ihre Politik. Naja gut, es ist nicht verwunderlich, dass die GEW immer wieder diese Geschichten erzählt. Uns war wichtig, möglichst lange im Präsenzunterricht zu verbleiben, weil nur das die Gewährleis bietet, dass wir genügend Lernstoff vermitteln können. Es ist ein bisschen scheinheilig, jetzt immer auf den Wechselunterricht sich zu beziehen, weil wir ganz genau wissen, und das sind ja die Erfahrungen aus dem Frühjahr, dass das deutlich weniger an Wissensvermittlung bietet, dass Schülerinnen und Schüler dort Gefahr laufen, auch hinten runterzufallen. Es ist eine Mehrbelastung für Lehrerinnen und Lehrer. Schulen und Kitas sind nicht das Problem in dieser Pandemie. Aber das, was sich gerade in Sachsen auch außerhalb der Einrichtungen an Infektionsgeschehen dargestellt hat, hat uns gezwungen zu handeln. Deswegen ist es trotzdem richtig, und da sind wir uns ja auch als Kultusminister deutschlandweit einig, so viel wie möglich Präsenzunterricht anzubieten. Und diese Verlockung des vermeintlichen Wechselmodells, ja, das kann für einen bestimmten Zeitraum positiv sein. Aber gerade wenn ich darüber nachdenke, das über mehrere Monate erstrecken zu müssen, dann ist es keine Alternative, weil das ein deutliches Minus bei der Bildungsvermittlung für Kinder bedeuten würde. Deutliches Minus für die Bildungsvermittlung an Kinder. Das ist aber auch, glaube ich, ein Problem der Ausstattung. Und zwar der Familien, die der Landeselternrat in Sachsen sagt, Sachsen ist nicht gerüstet fürs Homeschooling. Begründung, es gibt einfach in den Familien nicht genügend Laptops und PCs. Wer im Frühjahr keinen Laptop hatte, hat auch jetzt keinen. Da hätte man doch längst nachbessern können. Es sind ja eine ganze Menge an Maßnahmen seit dem Frühjahr ergriffen worden. Wir haben unsere technische Infrastruktur als Freistaat deutlich ausgebaut. Wir haben wesentlich mehr digitale Lernmittel und Lerninhalte zur Verfügung gestellt. Wir haben beispielsweise ein komplett neues Videokonferenzsystem auf unserer zentralen Lernplattform Lernsax angeboten. Wir haben zusätzlich Tutorials, die zur Verfügung stehen, wenn Kinder zu Hause lernen müssen. Und mit Mitteln des Bundes sind ja nicht wenige Laptops und Tablets gerade in der Beschaffung oder schon angeschafft wurden, um gerade bei den Kindern, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht leisten können, ein eigenes Endgerät zu haben, für Ersatz zu sorgen. Aber auch die Versorgung beispielsweise mit einem Tablet oder mit einem einfachen Laptop, ist immer die Frage, ob das auch in den Familien stattfinden kann und sollte. Wir haben ganz viele Familien, die ganz selbstverständlich solche Geräte heutzutage auch nutzen. Es gehört eben auch mit dazu, Kindern das entsprechend nahe zu bringen. Also da müssen Staat und Familien auch miteinander Hand in Hand arbeiten. Das, was leistbar gewesen ist in den letzten Monaten, das haben wir versucht umzusetzen. Das, was mir größere Sorgen bereitet, ist eher das Thema Breitbandversorgung. Da müssen wir noch deutlich nachlegen, dass also dort, wo man zwar das digitale Endgerät hat, aber noch nicht über die Breitbandanbindung verfügt, um es nutzen zu können, dass wir dort noch nacharbeiten müssen. Bedeutet Homeschooling, dass die Bildungsschere weiter sich aufschneidet sozusagen? Bedeutet Homeschooling, dass es Familien gibt, wo die gut mitkommen, Schüler, die da gut mitkommen, aber auch andere Familien dort, wo zum Beispiel keine Hilfe vorhanden ist, wo kein Breitbandanschluss vorhanden ist, wo kein Computer im Haus ist, dass die Kinder abgehängt werden? Ist das die Realität? Das ist zumindest die Sorge, die wir haben. Und daraus begründet sich, dass wir eben sehr lange am Präsenzunterricht festgehalten haben und dass wir natürlich auch daran arbeiten, wenn wir jetzt diesen harten Lockdown haben, dass wir möglichst schnell auch Schulen und Kitas wieder öffnen können, dass diese direkte Interaktion zwischen Schülern und Lehrern stattfindet. Das ist nochmal die zentrale Erkenntnis aus dem Frühjahr. Selbst wenn wir beste und optimalste digitale Bedingungen hätten, das Wichtigste ist der direkte Kontakt zwischen Lehrern und Schülern. Das geht nun mal nur im Präsenzunterricht. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir diese Zeiten häuslicher Lernzeit, wie wir das in Sachsen nennen, möglichst kurz halten. Die Kinder auch wieder frühzeitig an die Schulen zurückkehren lassen, weil nur dann ist sichergestellt, dass wir wirklich flächendeckend einen guten Bildungserfolg haben. Ansonsten tritt nämlich genau das ein, was Sie beschrieben haben, dass diejenigen, die ohnehin schon positiv gestimmter sind, besser durch diese Zeit kommen. Und gerade die, um die wir uns besonders kümmern müssen, die haben dann große Probleme. Kurze Frage zum Schluss. Sie machen nicht nur schulendicht, sondern auch die Kitas im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern. Musste das wirklich sein? Die Zahlen sind ja überhaupt nicht, die Infektionszahlen in den Kitas sind ja nicht belegbar. Also es ist richtig, und das ist ja auch unsere zentrale Aussage, dass Kinder unterdurchschnittlich am Infektionsgeschehen teilnehmen, insbesondere die Jüngeren. Wir haben aber das Problem gerade in Sachsen, dass wir insgesamt ein Infektionsgeschehen haben, was eben auch in die Einrichtungen hineindrückt, beispielsweise, weil Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne sind oder selbst infiziert sind aufgrund äußerer Einträge. Und uns geht es jetzt in Sachsen darum, die Kontakte zu minimieren, keine Anlässe zu geben, die Wohnung zu verlassen, wirklich diesen Grundsatz zu beherzigen, bleibt, wo immer es geht, zu Hause. Und deswegen haben wir uns entschieden, es geht de facto ja um zwei Wochen, diese Woche und die erste Januarwoche, auch die Kindertageseinrichtungen zu schließen und dort nur eine Notbetreuung anzubieten. Das sagt Christian Piwarz, Kultusminister von Sachsen. Dankeschön nach Dresden für das Gespräch.